einen wunderschönen guten tag wir befinden uns gerade auf kreifergames.net und gehen diesmal ich sage mal auf citybild 20 auf einer der server und werden hier auch nochmal ein paar grundstücke bewerten das geht schon wieder gut los hier ok gut dass ich gerade fliegen kann ich hoffe nur dass das nicht gleich ausgeht also liebe freunde schaut eben hinter euch 40 jawohl machen wir nochmal 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 und nochmal und nochmal und nochmal so 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 freunde entschuldigung für diesen kleinen cut meine aufnahmesoftware hatte wieder das halbe video gefressen finde ich jetzt nicht so nice deswegen hier also eine weitere episode plot bewerten direkt im anschluss und die startet genau jetzt viel spaß wir gehen also jetzt auf city bild 16 und 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 ich habe immer noch hehehe ähm moment wie ihr seht habe ich hier äh doch noch etwas hunger bevor ich also das video weitermachen kann hole ich mir erst mal heute ist nicht mein tag aber wann ist mein tag überhaupt so so also wir wollten eben auf city bild 16 und und da sind auch und wir werden in random generator an wo im bau keine bewertung so wo sind wir denn hier ok wir schauen uns also mal um wow ja ja ein netter shop nur irgendwie etwas leer noch eine küche ja was würde ich hier bewerten natürlich muss ich hier hat das ähm von innen und außen bewerten und eine vier von zehn dann schauen wir mal hier drüben rein ja ja auch eine vier von zehn wobei ne drei von zehn ein paar bannern ein paar items nicht vielen wo sind wir denn jetzt hier auch ein stopp oder da wurdest du wieder gedischt ernsthaft sind wir hier auf dem blot von entchenpilz und familien überhaupt ihr das naja egal eine drei von zehn das hier ist noch nicht fertig und jetzt werfen wir den random generator noch mal an und wo sind wir denn hier gelandet wir dürfen aber nicht drauf und wir können nicht auf dieses blot drauf also kann ich nur die außenansicht bewerten aber innen sieht es mir auch ziemlich leer aus mehr als eine 3,5 von 10 ist es aber nicht wert was ist dann hier rabot so hier hatten wir gerade ein kleines problemchen ich hatte hier gerade eine nachricht gekriegt weil ich wie gesagt hier in kontakt getreten bin mit einem teammitglied also jetzt eben diese baum sache da eine 1 von 10 aller aller höchstens okay was war jetzt das das plot hier ist uninteressant also relativ 2,5 von 10 was war denn das jetzt irgendwas stimmt hier gerade nicht das geht die fps sind hoch aber liebe freunde an dieser stelle muss ich das video leider abbrechen irgendetwas stimmt gerade wieder mit obs und meinem notebook nicht ich hoffe ihr hattet trotzdem viel spaß gehabt ich weiß nicht was hier los ist bitte besucht mich auf cb22 hinterlasst mir ein bisschen was und abonniert den kanal liked ihn und teilt es mit euren freunden und jetzt viel spaß noch auf coolievergames.net und tschau